Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Die Lady ist die beste Schütze überhaupt. Ihr habt alle umgelegt. Ich brauche nichts mehr, Bruder. Ich bin survival unwichtig. Jetzt falle ich ins Wasser, oder? Du bist die Beste. Dazu, da, Wasser. Die hat alle weggenatzt. Sehr gut. Die, die weggenudelt. Ist das geil. Ich weiß gar nicht, wo die alle liegen. Ja, das ist viel mehr umgelegt. Wo sind denn die jetzt alle? Sind die durchsteckend die spawned, oder was? Du bist die Beste. Ja! Mein Riehlein. Sö, die ganzen Leichen. Ha ha ha. Boom, boom, boom hat sie gemacht. Mir nicht, hat sie gesagt. Ja, es waren doch mehr Leichen. So habe ich keinen Kopf. Da hat er noch drückt. Bald brauche ich ein zweites Knochenlager. Was war das für Geräusch? Genau. Wisst, generosifies. Das ist nochлучig. Geh da! Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, oder? Gerade wo ich abspeichere. Bei euch ist nix mehr zu holen, das ist das. Da hab ich schon alles geplündert. Zwei Köpfe vielleicht. Alter, jedes Mal erwischt's mich. Ah. Ich verpiss dich. Danke, Mausi. So machst du das gut. Baller die nur weg, diese Mistviecher. Du bist die Beste. Hat sie mir jetzt da mitgebracht? Wieder Aloe Vera, ja. Aber ich brauch noch das andere Zeug zum Kombinieren. So, gut. Hä? Da unten ist er, da unten ist er. Muss man mit dem Bogen versuchen zu schießen. Mal üben. Ho, hör. Ho, hör. Wie? Hör. 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 Hu. Ich hab mit diesen Bogen. sehr gut und sie schießt doch noch rauf wenn die am boden liegen ich klicke meine pfeile zurück das finde ich ja schon mal gut so jetzt warte wie ihr wisst jetzt hier oben ach hier doch ein hin genau die leder die weg wenigse schau dir die an wieso kann ich das hier nicht hinlegen doch weiten zweiten knorrendings das ding ist voll komische töne seltsame geräusche auch ein zweites knorrenlager ich hab bald keinen platz mehr irgendwo was hinzustellen und 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 ähm ähm ich hab eigentlich die ganze 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 insel schon ausgerottet so viel knochen wieder rumliegen hier hier Irgendwann mal was größeres kommen vermute ich allerweil was war jetzt dieses R da? Irgendwas großes kommt jetzt dann bestimmt bald wie kann ich da hoch ich brauche bis bräuchte das hier oben drauf jetzt muss ich mir irgendwie was bauen dass ich da hoch komme Mist wie mache ich das jetzt? Hm doch so ein schönes Dach will ich mir eigentlich auch machen Was gehört das Erde die ganze Zeit? Ach da kann ich Pfeile wechseln jetzt halt Die anderen machen mehr Schaden okay So kann ich jetzt nicht trinken Ach er ist zugefroren Dann weiß ich jetzt auch woher die Geräusche kommen So hört es sich an unter Eis So So Hä? Ein Bug? Dachte ich kann es zerschlagen und dann trinken Wird das jetzt blöd? Wo kriege ich jetzt Wasser her? So Ist aber nichts anderes hell Die Lampe die ist gut hell Ich muss so eine nochmal aufhängen irgendwo Okay dann gehen wir mal pennen Das hört sich geil an gell wenn es jetzt ist Wie wenn du das Stein übers Eis schmeißt Das klappert auch so So Wieso? So So einen kleinen Punkt geben Bären Wie sind die Schneebären? Okay das hilft fast gar nichts gegen durch Das war beim ersten Teil irgendwie hat das mehr gewirkt Wir lassen dann die Bären gut Wenn du mit nichts kombinieren kannst Wie lange ist denn jetzt da im Winter her? Oh Gott ich schreck mich noch nicht so Mädel Wo kriege ich denn jetzt? Kann ich kein Loch ins Wasser? Komm schon weiter Komm schon weiter Plump plump Du bist durchst Ja Ich weiß Ich bräuchte so einen Topf wo ich Wasser abkochen kann oder sowas Was? Jetzt muss ich dann vielleicht meine Getränke verbrauchen hier im Winter Oh ich muss irgendwie rumlaufen und was suchen Okay ich bin voll Aber im Winter hä? Wo könnten wir uns denn hingehen und erkunden was? Erstmal aufwärmen Okay wir holen mal das Handy raus Da hinten waren wir schon Dieses I was war da? Ich weiß es nicht weil nix gescheits Ja okay was ist los? Was ist? Ich hab dir schon ein GPS dann noch ne Waffe gegeben Wir brauchen die genau die richtige Entscheidung Du schießt besser als ich Wo könnten wir jetzt hingehen? Du brauchst irgendeinen Behälter weil wir uns verdurschten wahrscheinlich hier in Winterhälter So das ist die Frage Einfach mal übern See Da oben war ich schon Dahinter vielleicht Was habe ich mir denn schon angesehen? Kann ich die Karte vergrößern? Kann ich die Karte vergrößern? Kann ich die Karte vergrößern? So jetzt Ah jetzt Höhlen Da ist meine Hütte Alter die Insel ist riesig Ich glaub da drin war ich schon in der Höhle In der Höhle war ich noch nicht oder? Okay wir gehen da dann Wir müssen aber Stöckchen mitnehmen um Feuer machen zu können und nicht verfrieren wir Gehst du mit? Mit mir? Zieh woanders hin Okay ich gehe zu der Höhle okay Und vorher abspeichern Nicht dass ich dann wieder da stehe wie der Otto vom Berg her So da machen wir mal ein bisschen Erkundung genau Weil wir brauchen Behälter wo ich Wasser reintun kann Jetzt gehen wir zu der Höhle Hoffentlich ist es eine Höhle wo ich noch nicht war Helein? Okay da war ich auch noch nicht gleich bei dem I Geh mal da hin Oh da war ich da schon und da war dieses Grab Ich brauche eine Schaufel um das wahrscheinlich auszugraben oder so Die spielt mir da auch nicht so ganz sicher Und dann gehen wir zur Höhle weiter Ah wir gehen zuerst dahin wo ich hingehen wollte Lass uns das nicht vom Weg abbringen Jetzt habe ich halt nur ein Fisch dabei Natürlich blöd Ein Lieb nicht viel zum Essen mitgemacht Warum denn der war doch nur gut Schauen wir mal was da ist es ist sehr weit weg ich glaube ich glaube zur Höhle bin ich schneller ne Und da ist bestimmt sicherer Und da ist bestimmt sicherer Okay da ist ein Dorf Und jetzt außen rum Kein bock das ein paar mal zu machen hey ich will lieber gleich durchkommen Das erste mal Was ich gut gemacht habe ist die Ausdauer beim Laufen hält länger als die beim ersten Teil Im Winter ist es krass hell Im Winter ist es krass hell gell Die Weegungsunschärfe könnte da noch raushauen wenn ich schon mal dass man das abschalten kann Das wäre ganz cool ist zwar nicht so realistisch aber mein Gott Ich will von dir nichts keine angst ich ziehe durch hoff du ziehst auch durch Was ich Ah, wieder ein böses Grab, Mann. Okay, ab zur Höhle. Shit, ich brauche eine Schaufel oder sowas. Schade, ich dachte... Habe ich es erwischt? Wollt kein Rolls-Flight, äh, so. Mein Gott. Wieso bin ich jetzt tot? Verstehe ich nicht, warum ich jetzt da gestorben bin. Er hat mich gar nicht getroffen. So, jetzt hänge ich wieder hier. Nein. So, da sind wir wieder am Start. Was? Okay. Warns Verbrannter Fisch So, gut, los, Abflug, gehen wir gleich zu der Höhle da, was soll's Ja, man stirbt ziemlich oft in dem, ich habe aber auch keine Gesundheit, auch keine Medizin und nichts, keine, ich muss mehr Pflanzen suchen und andere Geschichten Da habe ich keine Stöckchen mitgenommen, oder? Da muss ich unterwegs welche mitnehmen So ein Stock immer bei einem so einem Ast, das ist auch ein bisschen blöd gemacht Klingt man in den Höhlen besseren Sachen oder in den Dörfern? Ja, man, siehst du, ah ja Das ist schon weiter weg, he? Es sind mehrere Höhlen, da auch nur noch eine. Ich zieh durch, verpiss mich! Das ist nicht immer ein bisschen verstecken, die kleinen Hodenkobolde, he? Okay, das sieht ja anders geil aus, oder? Im Winter, he? Krass, was für eine Ebene hier! Jedenfalls am Meer! Und wo ist diese Höhle jetzt? Die ist unter Wasser! Da vorne ist die Höhle dann, ne? Hoffentlich keine Monsterhöhle, sondern irgendwas, wo ich was Gutes finde! Da hinten ist ein Steh-Dings! Das sind eigentlich Behälter, wo ich Wasser abkochen könnte! Okay, jetzt brauche ich da ne Fackel, oder? Drehen wir das Handy weg! Wo hab ich denn die Fackel? Wieso hab ich denn jetzt die Knarre? Ich hab doch die Knarre eher gegeben! Äh? 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 Abs야 hach! TrawSlick draft! Zahlen.... Ich will bitte! Das Guter, eine aber keine Schüsse. 温les ... Da 20 bis 30 bis 20. anstrengend sind! sind. Okay, wie zünde ich die jetzt an? Mit E? Nee, L. Wie lange brennt es noch in der Fackel? Und mir wird warm dadurch, oder? Was ist das? Hä? Das ist Licht. Aber ich sehe mit der Fackel überhaupt nichts, was vor mir ist. Da hinten ist es heller. Oh, ich bin zerschrocken. Das sieht mir aber nach so einer doofen Monsterhöhle aus. Da ist auch richtig, lass Licht an. Okay, skip these. Alter, was nützt denn diese Fackel? Nützt irgendwie gar nichts. Ich komme ja nie wieder raus. Ich bin hier nie wieder raus. Ich sehe ja nichts. Scheiße, ich habe nichts gesehen. Nee, ich lade neu. Die Höhle ist nix, ey. Ich komme ja nie wieder raus. Ich komme ja da nie wieder raus. Ich finde ja nicht raus. Ich mache kurze Pause. So, dann sind wir wieder. Jetzt probieren wir mal die Höhle da hinten. Oder einfach mal in so Dörfern schnetzeln. Also plündern. Einfach mal rumlaufen. Oder an der Küste entlang. Ich weiß es ja auch, ob ich ehrlich gesagt hätte. Okay, als ich gelaufen bin, bin ich von hier hinten gekommen. Wo unten, wo das I ist. Von den Bergen. Genau, von den Bergen bin ich gekommen. Ja, was ist das? Willst du mir was zeigen? Dann zeig es mir. Zeig mir was. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ich gehe mal zu dem Leuchtepunkt da. Den da hinten gehe ich jetzt mal. Und dann in die Höhle rein. Weil das ist eine bessere Höhle. Oder auch mal zu dem Punkt hier hin. Ja, komm, lass uns zu dem Punkt erstmal gehen. Wie ist das eigentlich mit der Muni? Brauche ich die? Oder ist die dann irgendwie von alleine? Kann ich ja nicht auf den Fisch zugreifen. Kann ich natürlich nicht, weil ich keinen dabei habe. Ah ja, klar. Es wird irgendwie nicht angezeigt, wann Munition leer ist, gell? Keine Anzeige, oder? Warte mal, da wollte ich doch jetzt gar nicht hin. Ich wollte. Ich bin ja gleich von da gekommen, gell? Von den Bergen. Aber da sind so viele Höhlen. Schau dir mal das an. Also in der Höhle war ich, das weiß ich auch. Okay, dann laufe ich zu dem Punkt hier. Oder? Ich bin doch da schon gewesen, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Blöd. Na egal. Gehen wir einfach mal hin. Na egal. Gehen wir einfach mal hin. Ich glaube aber, ich bin da schon gewesen, oder? Da bin ich gerade oben von den Bergen runter. Kann ich mich so schwach erinnern, oder? Auch guten Stuff. Irgendein Behälter wäre nicht schlecht. Ein Topf, wo ich Wasser, Schnee abkochen kann, oder so. So, nur dann komme ich ihm da rauf. Und was soll hier sein? Ich sehe es nicht. Ist es über mir? Hä? Was ist da oben? Vielleicht? Muss ich nach oben? Check's nicht, Mann. Kann sein, dass es oben ist, oder? Kann sein, dass es oben ist, oder? Kann sein, dass es oben ist. Ah, ist es das gewesen? Wodka Flasche. Aber es muss hier noch was sein, oder? Kann ja nicht nur das gewesen sein, dieses bisschen Zeug, was da rumgelegen ist, oder? Cool wäre, wenn es halt dann auch verschwinden würde, dann. Ist das unterirdisch? Weil da eine Höhle gleich war? Check's nicht. Wenn ich den Punkt gefunden habe, da ist doch ein Seil rum, oder? Ja, da ist ein Seil, wie kann ich jetzt klettern? Wie kann man das abhaken, dass man da schon war? Hier ist ein Seil rum. Jetzt warte mal. K争 номер nicht. g Kwани um ein Seil rum. Guck. Koffi. Dann ist er Montag. Koffi. 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 Ach, da hängt einer. Ich sehe ihn. Da liegt noch mehr Stuff. Oh, geh aus. Du nervst. Aber an den kommt man nicht ran, oder wie? Was machst du denn hier? Na gut, dann. Wolle den. Kann man das Schnur durchschießen? Aha, das geht. Ach gut. Okay, jetzt dürfte es nicht mehr piepen, oder? Da haben wir das abgeschrühstückt. Genau. Optimal. So, der soll nach Hause gehen, wenn er verreckt, dann. Toll, ich kann ihn nicht nach Hause schicken. Ich kann nicht sagen, geh nach Hause, hol Stöckchen, baue Feuer, bleib hier, verstecken, verstecken. Da, nach Hause. Nee, mach Pause. Nein. Shit. Ich wollte eigentlich nicht, dass du mit mir jetzt hier mitgehst. Holum. Ich hab keine Lust auf dich auch zu passen. Bleib hier. Nee, geh nach Hause. Kann ich nicht machen, oder was? Na dann, folg mir. Ach, ich kann ja nicht sagen, so schlimm war's nicht. Okay, lass uns zu der Höhle da gehen. Wie viel Uhr ist es denn? Zwölf. Kommt der mit? Calvin? Ja, ein bisschen langsamer. Verschreit der hier? Ich will jetzt da drüben. Ist die oben oder unten, ist die Frage. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir den Staff gefunden. Boah, der Höhle bauen wir, glaube ich, ein Lager. Schnelles, schnelles. Ist ich Hof, oder was? Das ist die Frage, wo ist die Höhle? Unten oder oben? Ja. Ich glaube, in der Höhle ist immer nichts Gutes. Ich habe nur eine Höhle, war ich. In der Höhle sind immer die übelsten Monster, glaube ich. Äh, hier lang, ne? Ich brauche den Höhle, ich schweige auf jeden Fall ab. Alter. Maul. Oh, meine Knarre ist leer, oder was? Sieht. Mit, treffen wir auch mal nicht schlecht. Größer. Leiser. Alter, das gibt's doch nicht. Da ist ja noch einer. Fix jetzt mich gleich tot. Kann aber nicht rein. War ich da schon? Wieso kann ich da jetzt nicht reingehen? Weil der Hodenmolch draußen ist, oder was? Das kann auch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich die ganze Scheiße nochmal machen. Weil ich null Leben habe. Ich finde einfach keine Medizin. Ich weiß auch nicht. Ich finde auch gar... Aber in der Höhle, glaube ich, war ich schon. Der ist da. Verpiss dich. Mit der blöden Rüstung. Ja, toll. Wie soll ich denn da wegkommen, wenn die da und hier sind? Mal rein jetzt mit dem. Oh, ich hab voll überzogen. Ja. Vielen Dank.